Herzlich Willkommen zum Wort. Der Woche. Mein Name ist Uwe Heimowski von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gera, bekannt unter G26 Gergarienstraße. Neues Jahr, neues Glück. Wie sind Sie in das neue Jahr gestartet? Es gibt ja viele Rituale, die man machen kann. Meine Tochter war mit einer Gruppe, da ging es dann um Bleigießen oder ganz unterschiedliche Sachen, die man so macht im neuen Jahr. Eine christliche Tradition für das neue Jahr ist, dass man eine sogenannte Losung sieht. Das ist eine Tradition, die ist entstanden in Hernhut in der Lausitz. Da war eine Gruppe von Flüchtlingen, die aus Tschechien gekommen sind und die haben sich für jeden Tag eine Losung zugerufen und dann auch immer eine für das Jahr festgelegt. Und diese Tradition nehmen viele christlichen Gemeinden auf. Und so gibt es Jahr für Jahr seit einigen hundert Jahren diese Jahreslosung. Im Jahr 2016 heißt die Jahreslosung, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das steht beim Propheten Jesaja im 66. Kapitel in Vers 13. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Mich hat das sehr angesprochen. Ich habe dazu noch eine sehr schöne Grafik gesehen von einem Grafiker, der heißt Siger Köder und habe das im Internet geteilt. Und es war spannend, wie die Reaktionen waren. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist eine Zusage, die Gott macht. Und Leute haben das sofort bezogen auf ihre eigene Mutter. Da schrieb mir jemand, ja, aber ich habe meine Mutter nie erlebt. Und wenn, dann hat sie mich nicht getröstet. Die hat eher geschimpft, die hatte Forderungen, die war immer perfektionistisch. Alles, was von meiner Mutter kam, war schrecklich. Was soll ich mit so einer Losung anfangen? Ich hatte zum Glück eine ganz andere Erfahrung. Meine Mutter, Flüchtlingskind aus Litauen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges dann flüchten musste, von den russischen Soldaten, die kamen, die hatte viele Schwierigkeiten in ihrem Leben, wie das so war bei traumatisierten Flüchtlingen. Aber eins hat sie mir immer vermittelt, nämlich, dass sie trösten konnte. Und wir waren keine leichten Kinder. Auch ich selber habe ihr viel Kummer gemacht in meiner Jugend und dazu gehörte, dass ich in der Schule wirklich sehr aufmüpfig war, geschwänzt habe. Also da war vieles, was war nicht so toll. Da bin ich auch nicht so stolz, deswegen möchte ich es gar nicht im Detail erzählen. Aber ich möchte eine Erfahrung erzählen, nämlich, dass ich mal wieder etwas angestellt hatte im Lateinunterricht und meine Lateinlehrerin dann bei uns anrief, zu Hause. Und diese Lateinlehrerin, das muss man sagen, war ihrerseits auch nicht besonders fair. Also die hat mir oft irgendwelche Zusatzaufgaben gegeben, hat mich vor der Klasse bloßgestellt. Und das habe ich natürlich als Sohn meiner Mutter erzählt, wie das so ist bei einem 14-Jährigen. Und so rief also diese Lateinlehrerin an, beschwerte sich fürchterlich über den furchtbaren Sohn. Meine Mutter hörte sich das eine Weile an und dann sagte sie, so Frau Stark, jetzt muss ich Ihnen aber mal was sagen. Wie Sie mit meinem Uwe umgehen, das geht gar nicht. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und dann hat sie dieser Lehrerin am Telefon die Leviten gelesen. Sie hat dann aufgelegt und wie meine Mutter so war und wie das damals auch Erziehungsmethode war, ich kriegte dann erstmal mit einem Holzlöffel was hinten drauf, bis er zerbrochen ist, weil sie sagte, das geht gar nicht, mein Sohn, dass du dich in der Schule so schlecht benimmst, du machst das mal bitte besser. Aber die eigentliche Botschaft, die bei mir angekommen ist, war nicht der Holzlöffel. Und ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben danach im Unterricht, auch wenn ich nie so ein richtig guter Lateiner gewesen bin, was bei mir angekommen ist als eigentliche Botschaft war, wenn dich jemand ungerecht behandelt, mein Sohn, dann stehe ich als Mutter zu dir. Ich kämpfe für dich. Intern weiß ich dich zurecht und intern sage ich dir auch, was nicht geht. Ja, aber nach außen, mein Lieber, stehe ich zu dir. Nach außen greift mir keiner meinen Sohn an. Ich stehe zu dir. Das war Trost. Und wenn ich an die Jahreslosung denke, dass Gott zusagt, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet, dann übersetze ich das mal von meiner Mutter her und sage, ich stehe zu dir, was auch immer passiert. Und nicht nur an den guten Tagen, sondern wenn du in die Kritik gerätst, wenn du Dinge falsch gemacht hast, wenn du dich irgendwie vergaloppiert hast, ich stehe zu dir. Ich lasse nicht zu, dass du kaputt gemacht wirst, dass du angegriffen wirst. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Und es fällt mir jetzt leicht, weil ich das mit meiner Mutter erlebt habe, das zu übertragen auf Gott. Eine andere Situation. Ich war verlobt, eine tolle junge Frau kennengelernt. Meine Mutter hat die geliebt. Und dann ging aus verschiedenen Gründen diese Verlobung in die Brüche. Ich lebte im Norden, sie ist dann zum Studium in den Süden gegangen. Und wie das so ist, man verliert sich als junge Leute aus den Augen. Die Verlobung zerbrach und ich kam dann irgendwann am Wochenende meine Eltern besuchen, kam alleine. Meine Mutter fragt, warum kommst du alleine? Mir standen die Tränen in den Augen und ich sagte, wir haben uns getrennt. Was machte meine Mutter, die diese Verlobte geliebt hat? Kein Wort von Vorwurf, sondern sie hat mich einfach in den Arm genommen und hat mich gedrückt und hat mich getröstet. Später, als ich dann meine Christine kennenlernte, mit der ich jetzt seit 20 Jahren glücklich verheiratet bin, da hat sie nie nachgekartet, da hat sie nie gesagt, aber die andere, die war doch, sondern sie hat sie willkommen geheißen. Sie hat mich getröstet in meinem Schmerz und sie hat eine neue Chance für einen neuen Menschen ermöglicht. Wenn ich das wieder übertrage auf die Jahreslosung, dann muss ich sagen, wenn Gott sagt, ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet, dann sagt er damit, wenn du einen Verlust erlebst, stehe ich an deiner Seite. Und wenn etwas neu wird in deinem Leben, dann ermutige ich dich, dann stehe ich zu dir, dann bin ich mit dabei. Das sind nicht herrliche Zusagen. Und diese Zusagen, und das ist mir wichtig, gelten nicht nur für den, der eine tolle Mutter erlebt hat, wie ich sie erlebt habe. Sie ist leider vor anderthalb Jahren verstorben, aber natürlich ist jetzt gerade an Weihnachten die Erinnerung an solche Momente wieder ganz groß gewesen, sondern diese Zusage, die gilt eben für jeden Menschen. Und gerade für denjenigen, der sich gewünscht hat, dass seine Mutter ihn tröstet, dass sie ihn in den Arm nimmt, dass sie ihn liebt, dass sie ihn raushaut, dass sie ihn ermutigt, dass sie zu ihm steht, gerade für denjenigen gilt, dass Gott sagt, was deine Mutter vielleicht nicht gemacht hat, das möchte ich dir geben. Ich möchte das ersetzen. Ich möchte deine Mutter sein. Ich möchte dir sagen, dass ich dich tröste, dass ich dich verstehe, dass ich an deiner Seite bin. Und wenn wir dann über Gott reden, dann brauchen wir nicht über einen abstrakten Gott zu reden, sondern als Christen reden wir von einem Gott, der Mensch geworden ist. Und wenn wir uns diesen Menschen, Jesus Christus, der an Weihnachten geboren ist, mal anschauen, dann sehen wir, wie der das konnte trösten. Der hat Kinder auf seinen Schoß gesetzt. Der hat behinderte und psychisch kranke und besessene Menschen angefasst. Der hat sie berührt. Selbst die, die als unberührbare galten, hat er berührt. Der hat eine Frau, die wegen Ehebruch gesteinigt werden sollte, aufgehoben und hat ihr gesagt, du bekommst einen Neuanfang. Ich bin für dich da. Ich stehe auf deiner Seite. Jesus war ein Mann. Aber das, was in dieser Aussage, ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet, gesagt ist, das hat er auch als Mann verkörpert. Trost ist etwas, was Gott Menschen zusagen möchte. Ich finde, das ist eine fantastische Botschaft für das neue Jahr. Ich finde, das ist ein Fundament, auf dem sich aufbauen lässt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das erfahren. Dass in den schwierigen Situationen Ihres Lebens, wo Ihnen jemand etwas tut, wo Sie vielleicht versagen, wo Trauer Sie überfällt oder wo Sie Verluste verschmerzen müssen, dass es für Sie ganz persönlich Wahrheit wird. Gott sagt, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich wünsche Ihnen ein fantastisches Jahr 2016. Getröstet, getragen und mit Gottes Segen. Uwe Hamowski.